Was geht ab? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich kann die Lautstärke hier verändern. Irgendwo muss doch mal Schluss sein. Das ist ganz normal über USB-C verbunden mit dem Mac Mini und ich mache hier ein Update. Und der Film läuft, obwohl das Update läuft. Ich glaube es nicht. Das geht nur ab. Ich kann nicht auf Pause machen, oder? Pause. Pause. Nix. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall bedeutsam. Ich kann leiser machen. Knotter machen. Geht es? Ich versuche jetzt mal hier zu zweitem. In seinem bevorstehenden Zerfall wäre es außerordentlich gefährlich. Verdammt, was für ein Verlust. Wer weiß, was für Artefakte man dort ist. Das gibt es doch nicht. Dann fahren Sie mit dem Scan fort und halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich werde Sie nicht weiter...